Willkommen zu Torge Show, Nachrichten aus Deutschland und ganzer Welt. Mein Name ist Bashkim Lungoche. Erste Nachricht. Unser Freund Hezbollah war bei einer UFC-Event-Freunde. Er war zusammen mit Dana White, mit Khabib in Abu Dhabi, hat sich angeguckt die ganzen Kämpfe. Hier seht ihr ein paar Videos. Das beste war, sein Freund Islam hat gekämpft, gewonnen, sehr schöner Finish. Danach war er im Ring mit Khabib und dann haben die sich so Kopfnüsse gegeben. Vielleicht habt ihr gesehen, Hezbollah hat wirklich keine Angst vor niemandem. Er ist richtig brutal getrainiert. Weiterhin bei diesem Event kam es zu einem kleinen Angriff von Abdur Razik. Vielleicht habt ihr gesehen, Hezbollah sollte kämpfen gegen Abdur Razik, aber anscheinend hatte dieser Abdur Razik Angst vor Hezbollah. Im UFC-Event, Backstage, kam eine kleine Konfrontation und hat Hezbollah ihm so einen Kick gegeben. Richtiger Sidekick, wie Van Dome, Fab, reingedreht, ihn getroffen. Hier seht ihr den Video. Hezbollah war sogar mit einer anderen bekannten Person unterwegs, nicht nur mit Khabib und UFC-Präsident Dana White. Er war auch mit dieser türkische Kopf, wie heißt er, Borak. Mit Borak, sehr schöne Video, Freunde, schaut euch an, sehr lustig. Hezbollah ist wirklich so süß wie Zucker. Freunde, das waren die kleinen Nachrichten zu Hezbollah. Ihr wisst ja, normal, wir trainieren sehr oft mit ihm. Hier ist der Beweisfoto. Mit ihm und Khabib sind wir gute Freunde. Weitere Nachrichten. Ronaldo hat eine komische Werbung gemacht, Freunde, für Shopee. Habe ich noch nie gehört. Die haben bestimmt nicht genug Geld, um eine Ronaldo zu bezahlen. Guckt euch mal selber an diese Werbung, dann reden wir danach nochmal. Shopee. Shopee. Go, Shopee. Buy everything, ding, 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 ding. Buy everything at Shopee. Was ist das für eine Werbung? Ist Ronaldo verrückt geworden? Jetzt kam Theorie, weil diese Firma hat noch nie jemand gehört. Die haben doch kein Geld, Ronaldo zu bezahlen. Bestimmt haben die gekidnappt seine Familie. Und er muss bestimmt jetzt tanzen, damit er die zurückkriegt. Die haben gesagt, mach diese Werbung, sonst drehen wir richtig durch. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Wie ein Ronaldo, Multimillionär, fast Milliardär. Macht so eine Werbung. Seid ihr verrückt geworden oder was? Und jetzt geht es weiter. Tankstelle, Benzinpreis. Was ist da los? Freunde, Autofahren macht keinen Spaß mehr. Du machst deine AMG. SLS machst du voll. Zahltst 150 Euro für einen Tank. Was ist das? Was soll das? Merkel. Seid ihr verrückt geworden? In bestimmten Bundesländern, Superclos kostet schon 2 Euro. Weitere Nachrichten. Squid Game, Freunde, ist erfolgreichste Serie auf ganz Netflix. Und dazu auch noch, Freunde, unsere Videos bei YouTube haben so gute Click-E-Mail, Freunde. So viel Resonanz. Wir sind wirklich stolz auf euch. Dankeschön an jeden, der like, kommentiert, teilt, Glocke aktiviert. Vielen Dank, Freunde. Weil ohne euch würde das gar keinen Spaß machen. Niemand guckt unsere Videos. Null Klicks. Da hätte ich auch keine Lust. Aber weil ihr klickt, wie verrückt. Bam, bam. Tak, tak, schlapp. Deswegen machen wir so viele Videos, Freunde. Vielen Dank. Ihr seid die Beste. Weitere Nachrichten, Freunde. Wir haben erreicht 400.000 auf YouTube, Freunde. 400.000 Abonnenten. Fast haben wir schon eine Million. Wenn wir alle unsere Seiten zusammenzählen mit Facebook, Instagram, YouTube. Freunde, das ist wirklich unglaublich. 400.000, stellt euch mal vor. Vielen Dank, Freunde. Wirklich von Herzen. Wir küssen eure Augen von mir und Afrema. Und auch von Markus. Weitere Nachrichten. Bin ich verwandt mit Benzema oder nicht? Freunde, viele haben mich das gefragt, weil man sieht schon ein bisschen Ähnlichkeit. Hier seht ihr ein Bild. Viele fragen das, schreiben unter Videos, hey, Benzema sieht aus wie er. Freunde, ich kann euch sagen, Benzema heißt eigentlich nicht Karim Benzema. Er heißt Karim Bayramay und ist meine Cousin. Dann, Freunde, ich bin gegangen von Kosovo in Deutschland. Er ist gegangen in Frankreich. Dann ist er geworden Fußballprofi. Und dann schaut zu sagen, ja, ich bin Albaner. Jetzt bin ich in Frankreich. Nein, was macht er? Er sagt, ich heiße nicht Karim Bayramay. Er sagt, ich heiße Karim Bansema. Geht er in Frankreich? Jetzt so mit Nase oben, wo er geworden ist, Fußballprofi. Ja, richtige Pena. Oh, Karim, wenn du das siehst, du bist nichts mehr mein Cousin. Verschwinde. Ruf mich nie wieder an. Karim, Benzema. Mit Nase oben. Ich bin jetzt in Frankreich. Ich bin in Real Madrid. Karim, Benzema. Hitschmumere, verschwinde. So, Freunde. Eigentlich würden wir jetzt kommen zu Sport und danach zu Wetter. Aber wer muss das machen? Ich. Warum? Markus ist gegangen mit der Fremde Norddeutsch. Dann rufe ich die an und sage, wo seid ihr? Die sagen, wir sind Karibik. Ein Karibik? Warum sagt ihr nichts Bescheid? Die sagen, wir haben wir vergessen. Was soll das, Freunde? Ich bin jetzt hier, muss arbeiten, ne? Richtige Pena. Aber jetzt zum Sport. FC Barcelona, Freunde, ist am Absteigen irgendwo. Platz 12, 13, 15. Keine Ahnung, Freunde. Die haben zum Beispiel jetzt, was ist das, Freunde? Breitraid. Wer ist Breitraid? Farschen oder was? Und dann haben die einen Trainer, die kommen an. Was ist das? Du kannst da hinstellen, Mr. Biene mit FC Barcelona. Der holt 2. 3. 1. 1. Und so einer kommt an. Holt nicht mal Platz 10. Aber, Freunde, gute Nachrichten. Jetzt kommt Xavi. Die Legende kommt zu FC Barcelona, Freunde. Die werden bestimmt jetzt Platz 4. 5, schätze ich mal. Aber man weiß nicht, weil das kann auch nach hinten losgehen mit dieser Gurken-Truppe. Freunde, das war's zum Sport. Wir gehen zum Wetter. Das Wetter ist Katastrophe. Regnet, ist kalt. Freunde, das war's mit Wetter und mit Tagesschau. Aktuelle Nachrichten aus Deutschland und der ganzen Welt. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Nichts vergessen zu liken, zu kommentieren und Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Video an Sonntag. Dankeschön.